Hallo, 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 bonjour, Gamescom, Tag Null. Leute, die kannst du nicht mehr erschrecken, die Viecher, was? War es ja hässlich. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind in Köln angekommen. Wie Sie hier im Hintergrund schon sehen, sehen wir einen Haufen scheussliche Leute. Der Kölner Dom ist ein furchtbares Gebäude und wir haben jetzt vor... Hey, tu mir bitte her! Wir haben jetzt vor, einzukaufen. Wir haben nämlich weder Frühstück noch sonst irgendwas. Und ja, das werden wir jetzt erledigen. Und wir brauchen jetzt mal Fleisch für den Brünen. Hast du gerne? Du musst mich übrigens da mal introducen, gell? Wir kennen dich schon. Ich bin der Roman und ich habe einen eigenen YouTube-Kanal. Den dürfen wir jetzt sowohl featuren, gell? Wir kennen dich eh schon, aber vom Best-Off, das habe ich ja. Ach so. Best-Off-Rasenmäher 15 oder so. Genau, nein, zweite Rasenmäher, weiß ich nicht genau. Best-Off oder so ähnlich. Das machen wir immer. Schau dir, dass das Club war. Wir haben das gebaut. Ach, pfüttelwe. Was? Nur um jetzt da mal knowledge zum Trocken, gell? Da die weißen Steine haben sie neu hingestellt, weil die sind einmal zusammengefallen. Pfüttelwe. Niemal. Nur mit drei. Bei dir. Vi aktiv numbers here. Wir schreiben jetzt das Was ist jetzt? Er möchte Brüder haben. Ich bin nicht. Das ist wie gut Brigitte. Wenn ich jetzt Brigitte, das darf bestimmt nicht zu teuer sein. Ja, ja, Brüder. Oh, leg mir los. Die ist gut. Die ist perfekt. Das ist halt so. Wenn man da auch mit dem Socksting hinten. Da hab ich zu weit reinig gesunken. Alter, das lebt mich ja selbst hier. Das war schon cool. Klingend, leihst du dir her so. Hohoho. I would buy it. Would you buy it? Ja. Schaut mal, ob da noch so eine ist. Du brauchst den blauen. Das ist besser wegen der dunklen Haare. Wie ist jetzt der sensationelle Moment? Der sensationelle Moment. Boah, bin ich wichtig. 12,95 Euro hat das Ding gekostet. 12,95 Euro. Ich lass mich noch reinig summen, um das Ganze zu traumatisieren. Okay, mach das. Du hast keine. Du bist Landrat. Ja, ich weiß schon. Aber ich muss den Rahmen noch ein bisschen anders einbühen. Ja, das würd ich auch machen. Das macht man daheim damit. Aber ich hab da voll den Service drin gekriegt. Ich hab gefahren, weil das Lidl heißt. Und sie macht hinten gleich die Tiere auf. Nimm den Zettel, schreit mir das Lidl aus. Dann gib mir den Zettel. Wunderbar. Ja, genau. Das kenn ich auch. Dann putzt mein Brenner-Schick ein wunderbar optimaler Service. Man kann den Laden empfehlen. Was ist? 6,6,6. Genau, man darf den Laden empfehlen. Es gibt so Ohrringerl. Ich hab mir bisschen viel am Platz gekriegt. Hier kriegen wir ja auch noch ein bisschen Geld dafür. Ja, das hättest du jetzt angebracht jetzt. Es gibt zwar nur Ohrringerl da drinnen und Heusketten. Ich hab mir bisschen viel am Platz gefühlt. Aber mein Brenner hab ich gekriegt. Also, Frille 6, äh, viel, 6. Voll gut. Okay. Ne, viel mal. Ich glaub, da gibts frische, süße Feige. Da sind zwei Mädels drin gestanden. Die haben mich so ein bisschen angeschaut. Und ich hab dann gesagt, ja, ja, ist ja gut. Ich fühl mich sowieso fehl am Platz. Da haben sie hinterher geschaut. Ich möcht ja nur die Burin kaufen. War voll gut. Hätt ich eigentlich gleich meine Visitenkarten, die ich nicht hab, eher in die Hand drücken sollen. Dann strebst mein Kanal. Ja, da hättest von mir einen Kanal, äh, 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 äh. Flyer dabei. Hast du ihn dabei? Ja, wirklich. Ich hab zwei verschiedene dabei. Dann gib mir einen. Dann geh ich da noch mal rein und drück den Mädels am Flyer in den Tint. Das ist super. Das ist eine gute Idee, weil dann niemand zerbrennen würde und haut die aus. Sprauge, zwei Leute. So weit. Ja, zu weit. Jetzt habe ich jetzt zehn. Zehn Stück. Sehr gut. Ihhhhh. Das ist die Zeitraff, muss ich kurz sagen. Ich stehe ja wieder vor! Wut, das ist ein Sammeln! Das ist auch ein Pferd! Wut! Oui! Das ist so... 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 Ich mach bis nichts aus... Der Schall am besten! Weil die Schallentwicklung von dem römischen germanischen Museum zurückgeworfen wird und einen leichten Hall gegen dieses Domhotel erzeugt. Außerdem kann dann der Schall am Kölner Dom leicht gebrochen werden und in die weite Welt hinaus verteilt werden. Das ist so... Ich muss wieder zum... Wo ist er? Jetzt findet ihn gar nicht mehr auf der Kamera durch! Das ist so... Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! Das ist ein Eukalyptus-Gusel! Das ist nicht der Wahnsinn! Die Künstler haben da so ein schönes Gesicht! Der Wahnsinn! Der haut da drauf und dann kommt da ein kreisiger Ton raus! Der haut da drauf und dann kommt da ein kreisiger Ton raus! Ha 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 ha! Ha ha ha! Das ist jetzt Jessy gesammt nicht zu würdigen müssen! Nein, nein! Jessy ist einfach... Jessy ist nur Lärm, weißt? Das ist ja nicht zu anders wie Lärm, weißt du es eh! Du kennst das eh! Und zusammenhängende Geräusche hintereinander gereiht und dann... Du musst auf den Fripper herfahren! Zu auf den Fripper! Das ist nicht einmal Jessy, das ist... Das war... Warte! Nein! Was ist denn der Schluck? Ha ha ha! Nein, der Fotograf ist ein Dom! Mit seinem Koffer! Mit seinem Koffer, ja! Das ist ein Spiegel! Ja, gehen wir weiter, ganz leid! Okay! Ja, meine... My hair flies around! Your hair is flying... Is... Flying around! Catch your plane! Catch it please! There is a cold sea! There is a cold sea! Geh'n wir da vorne einfach in den... Games come not again! Ja, deswegen sag' ich ja... Wir brauchen eine Straßenbahn, dass wir bis dahin... Was denn das passiert? Bist du ein scheiß Peppe! Also, nur um das da zu erklären... Wir haben jetzt da drauf gedrückt, wir haben das Angebot und dann ist nichts passiert! Ja, das war das Verkehrte! Abbrechen! Ladescreen! Steht's in die Fahrplanauskunft? Hey, ob siehst du überhaupt hin? VHS! Was? Olik! Einen Moment bitte! Einzelticket? Kombiticket? Nein! Einzelticket? Nein, was haben wir denn da drauf? Das hier! Das hier! 1 Stufe 1 B! 1 A! 1 B! Okay! Dann haben wir da auf Tagesticket gekriegt... Und dann für 5 Personen, weil das voll billig geht! So! Das rentiert sich übrigens schon ab 2 Personen, wenn ich die noch mal gesagt haben! Machen sie mal! A Brett! Ja! Vollid ist es will, dass ich gespere! Ja! Da vorne hin! Da! Ja! Breslauer Platz! Das steht aber da nicht drauf! Schuhe aufziehen! Das steht aber auf! 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 Also wir glauben ja, dass sie nicht auf erschroben haben! Der USA, der im Scherede ist zurück die den ... So! Hallo! Hallo! Bitte begrüß die Kamera So eine kleine Roomtour, Gurkensalat, lecker Gurkensalat von Penny, günstig. Hier ist Müller, ich bin der Barkeeper, sehr gut. Da gibt es, schau, da gibt es so, nimm zwei, und wenn man eins von den Gesten hat, ist aber kein Müller. Dann würde ich ihm so schlecht, dass es aus ist. So, und jetzt gibt es zwei Mädchen, eine Cuppe. Okay. So, okay, das muss ich jetzt leider sehen. Gut.